Freitag muss es sein, Freitag muss es sein, 45 Minuten Verspätung um Marz 11, was muss mit dir los? So, jeeha! Na, los! Ach, geht doch! So, Hallihallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Livestream auf dem Freitag. Ja, wie ihr hört, meine Stimme hört sich jetzt so ein bisschen besser an. Ähm, ja, ich hab natürlich auch immer Tabletten geschluckt und was weiß ich. Nein, ähm, ja, also es ist besser geworden. Ich bin jetzt wieder dreiviertig gesund. Ja, gut so. Weil morgen haben wir eine Jahreshandversammlung. Und da will ich nicht fehlen, ne? Ist auch klar, ne? Ich, ich, ich. So. So, wir sind wieder auf Old Streams Map. Da haben wir ja gestern Forst gemacht, ne? Haben wir ja auch ein Livestream gemacht. Oh, da Forst bin ich jetzt auf jeden Fall durch. Na, nicht ganz durch. Ich wollte ja noch zwei Wälder runternehmen. Aber auf jeden Fall bin ich mit dieser Reihe, sag ich jetzt mal, durch da. Kann ich euch nochmal zeigen. Ich muss die Kühe, muss ich auch versorgen nochmal, durch. Das muss ich auch nochmal machen. Na, Mu. Kuh. Ja, also es sieht richtig gut aus hier. Da ist ein Baum, da ist ein Baum. Ich hab nicht die ganze komplette Reihe mitgekriegt. Nur ein paar Meter, ich glaub 30 Meter fehlen oder so. Aber trotzdem finde ich es sehr gut, was da hingekommen ist. Ähm, ja, ich hab auch fürs hingekriegt. Heute Morgen, gestern Abend noch. Ich hab gemäht. Und gepresst. So, wo das kommt, ist gut. Komm ich hier durch. Na, an dem Ding komm ich hier nicht vorbei, ne. Scheiße. Ja, er hier soll auch mal ein bisschen helfen, mir mit sauber machen und so. Alleine krieg ich das gar nicht hin. Einen Schwein hab ich einplatziert und hier. Mal gucken, ob das das wird. Schafe hab ich mir auch gekauft. Ich hab mir das mal anders überlegt. Wolle, die... Für die Wolle krieg ich richtig viel Geld, ne. Und wenn ich dann Schafe kaufe, ich hab drei Stück jetzt. Äh, ist natürlich ein bisschen besser, ne. So, mach weiter. So. Ja, hier. Bein gepresst hab ich auch schon, wie gesagt. Ich wollte sie da rein haben, weil ich überall keinen Platz mehr hab. So, mach weiter. Ja. Wo da kriegst du auch? Ja, Mist ist überall. Ich muss das alles mal zu Bierhausenlage fahren, wenn ich Zeit hab. Wie gesagt, ja. Mal gucken. So, als wenn ihr es schafft, riebe jetzt Wasser hin. Dann müssen wir ihn auch nochmal auffüllen. Das kostet uns auch wieder ein bisschen Geld. Wir sind viel zu viel Geld. Aber erstmal werden wir dann... Milch wegfahren. Ja, gut, es sind nur noch drei... Schafe. Oh, pass auf. Es sind drei Schafe, aber für drei Schafe natürlich kriegen die ein bisschen auf Wasser, ne. Hör auf zu bocken, sonst bocke ich die auch gleich. Zack. Krass, haben sie auch gekriegt. Schilagi. Biogasanlage müssen auch vollfüllen. Ach, jetzt steht der 312 oder auch wieder. Aha. Foddern muss ich auf. Ach, ich muss alles machen heute noch. Alles. Alles. Drill muss ich auch noch. Grubbern, drüllen, alles. Also viel zu machen, ey. Viel, 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 viel zu viel. Na, komm. Oh, Alter. Alter, wo willst du denn hin, du Vogel? Bist du denn nicht ganz dicht? So sollst du dein Tempo anhalten, hab ich gesagt. Na, komm. Kann sein, dass ich mit der LKW angefangen hab. Okay. Jetzt läuft er wieder nicht, ey. Das ist ein Vogel. Das war ja viel, ey, wirklich. Das war ja viel, ey, wirklich. Alles. Jetzt lassen wir laufen. Tanken sich den auch noch. Das kostet uns alles wieder Geld. du das ist doch nicht wahr aber ich kann gleich die Biosenlager nochmal auffüllen ja ich habe zu Biosenlager habe ich natürlich auch was hingefahren ich hatte keine Lust so viel bei uns zu machen und dann habe ich gesagt wie fährst du Biosenlager ist auch egal den Rest dann haben nämlich alle Felder nochmal gemäht alle die Kugel sind die 100 Düden so wie jetzt das ist alles nicht wahr hier ZK Z1 von ZK es ist nicht wahr es ist einfach nicht mehr wahr die Kugel sind Ohi, 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 ohi Das ist doch nicht mehr wahr Komm, 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 komm Fuh, so, so. So, wer sind mit den restlichen Ballen? Die restlichen? So, was ist denn heute mit dir los? Eben gings du denn jetzt nicht mehr, oder was? Fuhl. Ich hab dich doch gerade hingestellt, gerade. Einfach nur gerade. So, stell dich so hin jetzt. Warte mal. Fuhl, ey, sonst kriegst du keine Geld mehr. Wieso keine Geld mehr? Ach, Alter, mein Deutsch wieder. Wieso kein Geld mehr, so? Ich weiß gar nicht, wo ich das ganze Geld hin tun soll, ey. Oder wo ich das ganze Geld herholen soll. Junke, Reimers. Moin und schön, dass du dabei bist. Ah, das hat wieder in der Kabine, du. Ja, Zuckerrüben und Kartoffeln, die Gruppe, ich rum. Ich hab da wirklich jetzt überhaupt keine Lust noch, drei Stunden da zu ernten, da. Und nee, hör auf. Oh, du. Oh, du. Oh, du. Oh, du. Oh, du. Mann, ey, kann heute nicht fallen. Ja, ich hatte die Zeit eben vorgespult. Das ist eine Klasse wieder wechseln. Oh, nicht. Oh, nicht. Zack. Eine Koppel, nee, zwei hab ich noch gepresst. Die da hinten ja auch noch. Ach, du. Fahren wir erstmal zu sieben, holen wir da ein Wagen, oder? Ja, dem Wald wurde ich runternehmen hier nochmal. Und einen anderen Wald, da hab ich heute schon angefangen zu fällen. Aber kriegst du einen Moment vor Holz, kriegst du nicht viel Geld, ey. Wirklich. Zum Glück hab ich Autoload, ey. Wenn du die alle mit der Hand aufsammeln musst, ey, nee, ey. Wir haben ein bisschen spaßig, aber trotzdem. weiter, weiter, weiter. So. Es sind Beine rausgekommen, die, echt, wirklich. Deswegen hab ich nicht alle Felder gemacht, ey. Das wär mir richtig zu viel, wenn ich nur, die anderen Felder, gemütet, äh, so gepresstet, nee. Das war's mir. Das war's mir. balcony. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 das ist doch alles nicht mehr wahr das ist wirklich nicht mehr wahr das war so wie eben mensch das ist wirklich nicht mehr wahr das ist wirklich nicht mehr wahr wenn die jetzt ungekippt werden aber nicht ich habe eine Frage ja ja keine lust mehr zu starben noch passt auf dass ich nicht gegen die beiden fahrrad dann ist richtig dann dann habe ich heute keine lust mehr dann weh das wir können erst mal vorfahren hier mit david doch david david fahrt vor z und loslegen kann auch hier alles zu starben hier und nee keine lust zu starben sie zu starben sie zu starben sie zu starben so 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 sie müssen in der fahrrad so auch tun hat dazu nur und das kommt ein löschen machen die kann er mehr X uns zu zum Glück habe ich auch zum glück zum glück das ist noch ein warum wahrscheinlich oh alter oh alter so martsl macht jetzt hier unfälle hoch drei aber ich muss noch zu anderen körper fahren ach du schuss mal da kannst du nicht gucken so jetzt habe ich vorfahren nun Und noch ein langer Blondheim läuft in mein Kopf. Sorry, dauerne, aber ich muss hier lang. Tick. dann würde ich sagen, dass wir gleich die Biografie ist in der Lage einmal vollfüllen, dann kümmern wir uns um die Kühe und dann machen wir Feldarbeiten also mein Thema jetzt eigentlich X noch einmal ist es, muss ich hier noch lang Mann, mir lebt die nur aus, mir lebt die nur aus, mir lebt die nur aus wir grubbern ja nur da, wo ich Mais drauf haben will und das sind drei Fehler und das ist wieder dasselbe Problem oder was lass sie doch da liegen, ganz einfach ich fahig, alles kaputte so 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 das ist so 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 die Biografie ist, ich habe mich vollfüllen dann versorgen wir erstmal die Kühe gleich, Kühe, Schweine und so und dann werden wir gleich Biografie ist, also erstmal Mist rüberfahren und dann ja, ich weiß nicht, die müssen wir auf der Platte auskippen, ne ja das müssen wir wohl hochfahren kannst du nicht, hochfahren kannst du nicht, ja hochfahren kannst du nicht, ja die bleiben denn hier drauf die die 9 10 die 10 bleiben da drauf und dann werden wir grubbern Ich bin nämlich noch am überlegen, ob ich die Reihe, also die alle da wegnehmen und dann nochmal neu, also das muss ich, wenn dann irgendwann anders machen. Das sieht zwar richtig schön aus, muss ich echt sagen. Das sieht richtig schön aus, wenn du da kleine Bäume hast. Das werden so eine Tann sein, ne? So eine, ja, ich habe hier jetzt keine. Die jetzt im Wald sind da, ne? Das werden so eine sein wahrscheinlich. Das finde ich eigentlich voll nice da, ne? Ist wirklich so, also ist... So, kann ich doch Spankode heransetzen? Nee. Und jetzt, was getan wurde, Andi. So. Fallen die ja wenigstens in die Runde. So. Ja, Wasser, ja, Wasser, Wasser, Wasser. Kriegst du ja auch nicht hin mit Wasser, ne? Wasser brauche ich ja, ne? Was brauchen wir denn alles? Kühe brauchen sie Stroh. Und dann mache ich Kraft vor der Herd sowieso. Und Schweine brauchen auch Stroh, ja. Dann müssen wir jetzt Stroh machen. Okay. Und dann kann ich ja... Ja. Wie aquí bin ich? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, ich brauche auch nichts drüber. Das muss auch nicht räumen. Ich hätte ja auch mit dem Vorderwagen räumen müssen. Oh, ich brauche das. Ich brauche das. Oh, scheiße. Oh, scheiße. So viel. Check. Okay. 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 Na ja, dann müssen wir beide öffnen, ne? Krass und Mais. Ach du Scheiße. Dann steht er komplett verkehrt. Das ist ja nur Futter, was da jetzt drin ist, ne? Zack. Das hat er überhaupt gekehrt. Ja. Dann nehmen wir ihn auch nochmal. Das ist ja. Vielen Dank. So. Da werden wir zwei von machen. Zwei Maschration. 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 Zwei Maschrug. Zwei Maschration. Zwei Maschration. Zwei Maschít. Zwei Maschration. Ja, der Jumbo-Dingster, der auch wird wieder noch. War verkehrt wieder mal. Ne, der auch wird gar nicht. Oh, hey, all righty. Oh, hey, all righty. Oh, hey, all righty. Okay. 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 die abfragen die biose noch mal aufhören und klaus fällt Vielen Dank. Ein Strom, ein Gras. 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 Oh. 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 Oh ja, da muss ich auch noch einsammeln. Oh du... Das fällt mir gerade mal so ein. Machen wir mal eben, oh nicht du ihn misst, oh, mein Schatz sieht ja gut aus, baue ich hier, ach du Kacke, wie viele habe ich jetzt im Sack? Eierm Rucksack 85, ha ha ha, klag, ruch, 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 boah, müde, warum das denn, oh nee, können wir die auch gleich verkaufen, nur kriegen wir auch nichts Geld für. Ja, es muss sein, ich muss das jetzt mal machen, weil es ist halt. Es ist halt so, ich muss das mal machen, nicht so nix, ne. Bei den Kühen wird das länger dauern, das wird richtig lange dauern, das zu entleeren, da, seht ihr von hier her, was für ein Haufen das ist da. Deswegen war ich schon am überlegen, ob ich den Radlader hier zurücksetzt, aber ne. ich nehme mal rein zu tüsen, aber ich habe keine Lust. Passt das? nicht genau, den Rest lassen wir da drinnen. Den Rest lassen wir da drinnen. ne. Ich, 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 so. Am besten er muss weg. Seht ihr, oh Gott, tut mir leid. Seht ihr, was für, was für ein Haufen hier ist. Ey, das ist der Wahnsinn. Aber guck so, hier von, schon glaubst du. Oh. Muss weg. Muss weg. Muss weg. Muss weg. Muss weg. Oh nee, oh nee. Oh nein, oh nee. Seht ihr, 38% sind da drin gewesen. Ihr seid alle glücklich, 3% sind da drin gewesen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020